Unkalabo Zeichnung Jonathan Stenner Unkalabo kommt aus Stafrika. Diese Pelagonie hat ihren Namen aus der Sprache der Zulu und ist eine Zusammensetzung aus zwei W-Absatzzeichnetern, die in etwa folgendes bedeuten, Symptome, Erferlungen, Krankheiten und Brustschmerzen. Dabei war ursprünglich weniger die Pflanze selbst gemeint, sondern nur der Trunk der aus den Wurzeln, abgekochtes hat, der Pflanze gewonnen wird. Der Engländer Charles Henry Stevens machte um 1900 die Pflanze in Europa bekannt, nachdem er mit einer Umkalabo-Kur in Stafrika seine Tuberkulose heilte. Da die Pflanze keinen Frost vergeht, wird sie von Liebhabern in Tee-Absatzzeichen-Pfen kultiviert. In Stafrika ist die Pflanze in einigen Gegenden verbreitet, wird er für medizinische Zwecke mittlerweile auch angebaut, um die Wildbestende zu schützen. Die Wurzeln werden nach Deutschland geliefert und in mehreren Schritten ein konzentrierter Wurzelauszug, der Spezial-Extrakt, hergestellt, der in Apotheken vertrieben wird. Hauptanwendungen Akute Bronchitis, Husten, Tuberkulose Heilwirkung Antibakteriell Antibiotisch Antiviral Immunsystemskind Schleumel-Absatzzeichen sind Anwendungsbereiche Wurzelpflanzenheilkunde Abgeschlagenheit Bronchitis Atemwegsinfekte Darmbeschwerden Durchfall Fieber Gliederschmerzen Husten Magenbeschwerden Rhinopharyngitis Nasenrachenentzendung Sinusitis Nasen-Nebina-Absatzzeichen Lehenentzendung Tonsillitis Mandelentzendung Tuberkulose Vorbeugung gegen Magengeschwere Wurzerindeum-Absatzzeichen Opatie Anwendungsbereich leider nicht bekannt Wissenschaftlicher Name Pelagonium situidis dc Pflanzenfamilie Graniasi Storch-Schnabel-Gibse Englischer Name South African granium Volkstmlicher Name Calverbosi Cap-Belagoni Cap-Land-Belagoni Rabassamin Umcalabo Verwendete Pflanzenteile Wurzeln Inhaltsstoffe Amine Aminosuren Kumarine Favanoide Galusurderivate Gerbstoffe Striene Sammelzeit Jederzeit Gegenanzeigen Schwangere Stillende Nierenkranke Leberkranke Bei Blutgerinnungs-Absatzzeichen rangehen Satt Die gehörnigten Wurzeln werden ausgekocht Weil der Satt alle Wirkstoffe hat, ist die Verwendung nicht zu empfehlen Billigkeit, Brechreiz und andere Probleme sind mit der Einnahme verbunden Nebenwirkungen, die man nur viel bereit war einzugehen, wenn man schwere Krankheiten wie Tuberkulose hatte Fertigsparat Das Fertigsparat ist ein alkoholischer Auszug, der von den Nebenwirkungsreichen Stoffen befreit ist Harmlos im Vergleich zum KF-Tigen sattafrikanischer Mediziner Der Auszug ist laut Hersteller Der Auszug ist laut Hersteller für Kinder ab einem Jahr geeignet, dem aber verschiedene Kritiker nicht zustimmen Geschichtliches Umkalobo Umkalobo wurde seit vielen Jahrhunderten, wenn nicht seit Jahrtausenden von den Medizinern ins Afrika genutzt Hauptansatzgebiet Krankheiten rund um Lunge und Hals In Europa wurde die Pflanze durch den Engeln der Charles Henry Stevens Anfang des 20. Jahrhunderts bekannt gemacht Als er durch eine Umkalobo-Kur mit Hilfe eines Medizinmannes seine Tuberkulose heilte Die Kur dauerte vier Monate Er und einige andere versuchten das Mittel in England und im deutschsprachigen Raum zu vertreiben Hatten aber immer wieder bärjahrzehntige Probleme mit der rechtlichen Seite der Vermarktung Heute wird in Deutschland aus den Instafrika angebauten Wurzeln ein Mittel hergestellt, das in den Apotheken rezeptfrei verkauft wird Die Kritik an Umkalobo ist immer noch nicht verstummt Kritisiert werden mangelnde Studien zur Wirksamkeit bei der blichen niedrigen Dosis, Nebenwirkungen und die Gefahr, dass wichtige schulmedizinische Behandlungen, zum Beispiel Antibiotika, zurückgestellt werden Pflanzenbeschreibung Die Capellagoni wird 20-60 cm groß Die Wurzeln sind dunkelbraun und knollig Die Blutten erscheinen zwischen Juli und September Die Bluttenständer sind doldenartig und die fünf zetteligen Blutten sind violett oder dunkelrot Anbautipps Die Pflanze kann problemlos in T-Absatzzeichen-Pfen aufgezogen werden Sie mag durchholzige sandige Erde Sie vergeht T-keinen Frost und keine Staunze Berwinterung in hellem und etwa 8 Grad Zeichen C-warmen Raum Sammeltipps Sammeltipps